Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zu dieser Einheit über historische Komplexitäts- und Netzwerkforschung im Bereich der Byzantinistik als Teil der Lehrveranstaltung zur Einführung in die Byzantinistik von Frau Prof. Claudia Rapp. Mein Name ist Johannes Preiser-Kapella, ich arbeite an der Abteilung für Byzanzforschung des Instituts für Mittelalterforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und bin dort unter anderem für diesen Forschungsbereich der Complexities and Networks, wie es auf Englisch heißt, zuständig. Wenn wir von Netzwerken sprechen, dann werden vielleicht viele denken an Social Networks, soziale Netzwerke oder soziale Medien wie Facebook oder Twitter und tatsächlich gibt es hier eine gewisse Überlappung. Das ist eine Visualisierung des Freundschaftsnetzwerks des Facebook-Accounts der Abteilung für Byzantinistik Forschung vor einigen Jahren. Mittlerweile ist dieses Freundschaftsnetzwerk noch weiter angewachsen. Was Sie hier sehen, ist auf den ersten Blick relativ unübersichtlich. Jedes von diesen farbigen Kugeln, ein Knoten, stellt einen User auf Facebook dar, der mit dem zentralen Knoten, das ist in diesem Fall der Account, der Abteilung für Byzantinistik, verknüpft ist. Sie sehen aber auch hier verschiedene Farben, die markieren Cluster, das sind Gruppen von Knoten, die auch untereinander verknüpft sind. Da wird schon eine gewisse Strukturierung sichtbar. Also, dass dieses Netzwerk nicht nur umgeordnet ist, sondern dass man gewisse Strukturen darin beobachten kann und das ist eines der Ziele der Netzwerkforschung, solche Strukturen sichtbar zu machen. Man kann solche Netzwerke ja auch geografisch visualisieren, wobei diese Karte nicht einfach auf eine Karte projiziert wurde, sondern die ist dadurch entstanden, dass man hier die Verbindungen zwischen Facebook-Usern auf der ganzen Welt, und das sind mittlerweile ja mehr als zwei Milliarden, miteinander verknüpft hat. Und das entsteht von selbst, wenn man so will, so ein Muster. Sie sehen aber auch, dass solche großen, komplexen Netzwerke sehr ungleich verteilt sind. Da gibt es hellere Strukturen, wo dieses Netzwerk sehr dicht ist, da gibt es Gebiete, wo es sehr schütter verknüpft ist, und da gibt es auch schwarze Löcher, wenn man so möchte. Das spiegelt zum einen die Verteilung sozioökonomischer Macht auf unserem Planeten wieder, zum anderen aber auch andere Merkmale, zum Beispiel in China ist Facebook verboten, deswegen ist es dort finster vereinfacht gesagt. Das heißt, solche Visualisierungen sind immer auch zu verknüpfen mit qualitativen Informationen. Also rein nur aufgrund der Struktur kann man nicht alle Implikationen erkennen. Ähnlich schaut dieses Netzwerk aus, das ist das Netzwerk der globalen Flugverbindungen. Auch da sehen Sie, da haben wir zentrale Knotenpunkte, etwa deutlich sichtbar ist der Flughafen Frankfurt oder JFK in New York. Wir haben dichtere Zonen, wir haben Peripherien, wir haben auch Gebiete, wo die Netzwerke fast nicht in Erscheinung treten. Auch hier wird dann natürlich auch eine Reflexion von wirtschaftlicher Macht und wirtschaftlichem Wohlstand zwischen den verschiedenen Regionen. In ähnlicher Weise kann man auch Netzwerke der Vergangenheit visualisieren. Das ist eine Visualisierung eines Routennetzwerkes des Römischen Reiches. Wir werden darauf noch später zurückkommen. Und auch da sehen Sie, da gibt es zentrale Regionen, hier in roter Farbe ausgezeichnet. Da gibt es Peripherien, da gibt es zentrale Achsen der Verbindung. Also auch hier ähnliche Strukturmerkmale, wie wir sie bei anderen weitreichenden komplexen Netzwerken auch der Gegenwart finden. Verknüpfen kann man in derselben Art und Weise natürlich auch Personen, so wie es bei Facebook passiert, also soziale Netzwerke. Und das funktioniert sowohl bei echten, realen Personen, als auch im Kontext von fiktiven Erzählungen. Ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen. Das ist eine Seifenoper, die jetzt zu Ende gegangen ist, noch mehr als 30 Jahren in Deutschland. Die Lindenstraße. Und jemand, der sehr viel Zeit hatte, hat hier Informationen gesammelt zu den Verbindungen zwischen den Personen, die hier vorgestellt werden. Und Sie sehen hier rechts, das ist das Netzwerk nach der ersten Folge, wo die einzelnen Familien, die in dieser Lindenstraße wohnen, vorgestellt werden. Und das ist das Netzwerk nach der Folge 600. Also quasi ist das Netzwerk gewachsen, auch im Rahmen dieser Serie. Und Sie sehen hier auch verschiedene Farben, die zeigen hier verschiedene Kategorien von Verbindungen an. Also Freundschaft, Liebe, Hass, was wir in einer solchen Seifenoper haben. Und man sieht aber auch hier wieder deutlich, es gibt zentrale und periphere Knoten, die sind unterschiedlich groß. Also auch hier Unterschiede im Ausmaß der Verbindung, der Konnektivität in diesem Geflecht. Auf diesem Bild sind kurz einige zentrale Begriffe der sozialen Netzwerkforschung dargestellt. Also man versucht hier solche sozialen Strukturen in Form von solchen Soziografen darzustellen. Eben mit Hilfe von Knoten. Knoten, das sind die Kreise, das sind die Elemente, die man verknüpfen möchte. Das können Personen sein, das können Orte sein, das können aber zum Beispiel auch semantische Einheiten in einem Text sein. Und die Linien, die hier gezeichnet sind, die sollen eben diese Verknüpfungen darstellen. Die nennt man in der Fachsprache Kante oder auf Englisch Link. Und der englische Pondon zum Knoten wäre der Node. Und wenn man eben solche Informationen in dieser Form zusammenfasst, kann man auf dieser Grundlage dann verschiedene Berechnungen anstellen. Auf drei Ebenen. Zuerst einmal auf die Ebene der einzelnen Knoten. Man kann ermitteln, welche Knoten sind zentraler für das Netzwerk als andere. Etwa weil sie viele Verbindungen haben. Das wäre der Degree. Oder weil sie auf Verbindungen liegen, die besonders wichtig sind für den Zusammenhalt des Netzwerks. Das wäre die Messzahl der Betweenness, der Dazwischenheit. Also Sie sehen dieser Knoten, wo dort Betweenness steht. Das ist die einzige Verbindung zwischen diesem Knoten rechts und dem Rest des Netzwerks links. Also wenn dieser Knoten ausfällt, würde auch das Netzwerk auseinanderfallen. Dieser Knoten hat damit eine besonders hohe Bedeutung für den Zusammenhalt des Netzwerks. Und könnte auch potenziell als Vermittler agieren. Das ist dann verknüpft mit dem Begriff der Brokerager. Er könnte als Broker agieren. Gleichzeitig sehen Sie eben Gruppen von Knoten, die dichter miteinander verknüpft sind. Da ist auch dieser Begriff der Closure. Also diese Knoten, die hier dichter miteinander verknüpft sind, die könnten auch dann zur Grundlage wären, dass hier bestimmte Gruppen entstehen, bestimmte Parteiungen, weil eben hier auch Dichte in der Aktion Vertrauen erwecken könnten an solchen Gruppen. Und solche Gruppen von Knoten, die dichter miteinander verknüpft sind, die nennt man Cluster. Und große Netzwerke zeichnen sich dadurch aus, dass es hier zum einen große Unterschiede gibt in der Zentralität der Knoten. Dass es aber auch viele solche Substrukturen gibt. Also einzelne Cluster, wo dieses Netzwerk dichter wird. Und wenn die Verbindungen zwischen diesen Clustern weniger stark werden oder sogar aufgebrochen werden, dann kann ein solches Netzwerk eben auch in verschiedene Substrukturen zerfallen. Das ist jetzt einmal kurz zusammengefasst, sind das einige Grundideen der Netzwerktheorie. Jetzt kann man diese Netzwerktheorie nicht nur eben auf Netzwerke der Gegenwart anwenden, sondern auch auf jene der Vergangenheit. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine ganz moderne Idee, sondern wir finden das auch in Gesellschaften der Vergangenheit. Das ist ein Beispiel aus meiner näheren geografischen Heimat, aus dem Stift Zwettl. Das ist der Gründungsurkunde, die sogenannte Bärenhaut, nach einem Saubären, also einem männlichen Schwein, von dem diese Haut genommen wurde. Also nicht nur von einem Bären. Und da ist dargestellt die Gründerfamilie, die Kuhenringer. Das ist eine Darstellung vom Beginn des 14. Jahrhunderts. Das ist einmal auf den ersten Blick eine Genealogie, ein Stammbaum. Also es geht um Verbindungen der Verwandtschaft. Aber man sieht, man hat dann auch im Detail Verbindungen der Eheschließung. Also hier das Gründerpaar Hartmann von Kuhenring und seine Frau Gertrudis, die auch hier gemeinsam das Stift Zwettl gründen. Also gemeinsame Stiftungs- und Gründungsakte. Also verschiedene Formen der sozialen Interaktion, der sozialen Verflechtung, die für diese Gesellschaft relevant waren und hier sogar grafisch dargestellt werden. Das heißt, diese Idee ins Netzwerk in Relationen zu denken, ist kein modernes Konzept, sondern wir finden es auch in Gesellschaften der Vergangenheit. Und deswegen ist es auch legitim, mit solchen Ideen auch auf Gesellschaften der Vergangenheit zuzugreifen. Und das passiert in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, in immer größerem Ausmaß. Es gibt eine wachsende Anzahl von Publikationen, auch im Bereich der Byzantinistik, der mittelalterlichen, der alten Geschichte. Das hat auch damit zu tun, dass es leichteren Zugang gibt zu entsprechenden Datenbanken und Software-Tools, aber weil natürlich auch das Thema einfach ein sehr aktuelles ist mit Internet, sozialen Medien und so weiter. Es gibt seit einigen Jahren auch ein Journal of Historical Network Research und da ist das allerletzte Sonderheft in diesem Journal, ist gewidmet politischen Netzwerken in Antike und auch Mittelalter. Da gibt es da drinnen auch einen Beitrag von mir über Netzwerke in der byzantinischen Elite. Und dieses Journal hat den Vorteil des Open Access. Also Sie können frei auf die Artikel zugreifen, diese downloaden. Ich habe Ihnen hier auch den Link aufgeschrieben. Jetzt im Bereich der Byzantinistik haben wir durchaus auch schon Datensammlungen, die sich sehr gut für diese Methode eignen, aus dem Bereich der Prosopographie. Prosopographie, vom griechischen Prosopon, das heißt unter anderem so viel wie Person, ist die Personengrunde. Also man versucht systematisch alle in den Quellen erfassten Personen für einen bestimmten Zeitraum zu erfassen mit ihren grundsätzlichen Angaben und für diese prosopographische Forschung hat die Byzantinistik schon einige grundlegende Werke vorzuweisen, mehr zum Teil als in anderen benachbarten Disziplinen. Das beginnt mit der Spätantike, der Prosopography of the Later Roman Empire, dann die Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit, ein Projekt in Berlin, das auch digital vorliegt, das ist auch frei verfügbar, das können Sie auch im Internet sich frei anschauen und da entsprechend Personen suchen, es ist als Datenbank verfügbar. Das trifft auch zu für die Prosopography of the Byzantine World, die dann die Zeit zwischen 1025 und ungefähr 1150 abdeckt, aber noch nicht fertig ist oder nie fertig geworden ist, wenn man so möchte. Das ist natürlich ein Problem bei diesen Großprojekten. Und dann gibt es ein Projekt, das hier in Wien entstanden ist, in den 70er bis 90er Jahren und auch digital vorliegt, allerdings nur als PDF als durchsuchbares. Das ist das prosopographische Lexikon der Paläologenzeit für die letzten 200 Jahre der Byzantinischen Geschichte. Sie sehen, da gibt es auch noch ein paar Lücken. Eine Lücke wird derzeit geschlossen in einem Projekt, das seit einiger Zeit läuft, unter der Initiative von Ecaterini Mizzio hier in Wien. Das ist eine Prosopographie der Laskeridenzeit, also für die Zeit nach dem 4. Kreuzzug 1204 bis 1258, also vorne anschließend an das PLP, also die Prosopographie der Paläologen. Das ist ein Eintrag, ein typischer im prosopographischen Lexikon der Paläologenzeit, das können Sie sich ja auch so online anschauen. Also da gibt es Angaben zur Person, zu den Geburtsdaten, zum Todesdatum, auch zu den Verwandtschaftsbeziehungen, zu wesentlichen Ereignissen des Lebens und dann zu den zugehörigen Quellen. Das Ganze ist aber, wenn man so will, das ist auch das Pendant. Damals in den 70er Jahren hat man auch schon experimentiert mit Computern, also das wäre schon der Beginn der Digital Humanities in Wien, wenn man so möchte, mit einer eigenen Programmiersprache, die man damals in Kooperation mit IBM entwickelt hat. Aber diese eine Liste, also man hat es verglichen mit einem Telefonbuch, da steht eine Person nach dem anderen. Wir würden aber gern wissen, wer tatsächlich miteinander telefoniert hat, also wie die Verflechtungen zwischen diesen Personen ausschauen. Und diese Informationen sind zum Teil auch schon in diesen Einträgen drinnen. Es gibt Informationen, wo die Personen aktiv waren, wo sie geboren sind, wo sie gelebt haben, über Verwandtschaftsbeziehungen, wie Sie hier sehen, über Gefolgschaftsbeziehungen. Also man kann diese Informationen extrahieren. Das ist relativ aufwendig noch, weil noch nicht digital so aufbereitet, wie es sein könnte. Wir haben das einmal probehalber gemacht für einen Zeitraum zwischen 1282 und 1402, also für das lange 14. Jahrhundert und vor allem für die Personengruppe, die besonders gut dokumentiert ist. Das sind Angehörige der Eliten. Und das ist insgesamt ein Netzwerk von mehr als 2400 Personen. Das ist relativ groß, wenn man so will, für das Mittelalter oder für Byzanz. Und unterschieden werden in diesem Netzwerkmodell auch verschiedene Kategorien von Verbindungen. Verwandtschaft, Eheschließung, Freundschaft und Unterstützung, Gefolgschaft, Diplomatie, aber auch Konflikt. Und die Information stammt eben aus dem prosopografischen Lexikon der Paläologenzeit erweitert, um weitere neuere Informationen und andere. Wenn wir uns das für eine Person anschauen, das ist ein sogenanntes Egonetzwerk. Also es steht eine Person im Mittelpunkt und es sind verzeichnet alle Personen, mit denen diese Person aufgrund der Quellen direkt miteinander in Kontakt stand und dann auch noch einmal die Verbindungen zwischen diesen Personen. Das ist das Egonetzwerk. Und Multiplex heißt so viel, dass hier verschiedene Kategorien von Verbindungen dargestellt sind. Sie sehen es auch noch einmal rechts. Also Freundschaft, Verwandtschaft, Diplomatie und so weiter. Die sind hier farblich unterschieden dargestellt. Also das ist einmal das Geflecht für eine Person. Das wäre ein anderes Beispiel. Ein prominenter Aristokrat des früheren vierzehnten Jahrhunderts, der auch dargestellt ist als Stifter in der berühmten Chora-Kirche in Konstantinopeliodorus Metochitis. Das ist sein Egonetzwerk, also die Personen, die direkt mit ihm in Kontakt standen. Aber wenn man dann nur die Personen auch dazu aufzeichnet, die mit den Personen in Kontakt standen, mit denen er in Kontakt stand, also ein Egonetzwerk in Abstand 2, dann sind es dann schon hunderte Personen. Das weist auch darauf hin, dass diese Verbindungen relativ dicht waren innerhalb der byzantinischen Elite und man über wenige Ecken eigentlich überall hingelangen konnte. Also über wenige Ecken war jeder mit jedem in irgendeiner Art und Weise verknüpft, wenn man so möchte. Das ist das gesamte Netzwerk für das gesamte 14. Jahrhundert mit mehr als 2400 Personen und mehr als 300 Orten. Das schaut ja vielleicht spektakulär aus. Man sehen tut man nie. Es verweist aber noch einmal eben darauf hin, dass wir ein sehr dichtes Netzwerk haben. Das heißt, die Abstände, die durchschnittliche Anzahl von Linien, die man braucht, um von einem Knoten zum anderen zu kommen, relativ gering ist. Und das lässt sich durchaus wieder verknüpfen mit modernen Netzwerken. Es gibt im Englischen den Begriff der Six Degrees of Separation. Im Deutschen gibt es die Dreieckenwerte, die jeder jeden kennt. Und diese Dreiecken, die hat man zum Beispiel auch für Facebook nachgewiesen. Also man hat ausgerechnet auch aufgrund solchen Netzwerksmodells, was ist die durchschnittliche Anzahl von Verknüpfungen, die man braucht, um von einem Netzwerk-User zum anderen zu kommen, innerhalb dieses gewaltigen Netzwerks von zwei Milliarden Menschen und da ist die Durchschnittszahl nur 3,5. Also schaut aus wie eine Small World, nennt man das auch, also eine kleine Welt. Jeder ist mit jedem irgendwo über wenige Schritte verknüpft. Diese Idee geht auch zurück auf ein Experiment, das der berühmte Psychologe Stanley Milgram durchgeführt hat in den 60er Jahren, also er hat mehrere Experimente gemacht, aber das war eines davon. Der hat Kettenbriefe verschickt in den USA, ungefähr 300. Und die Empfänger dieser Briefe sollten diese Briefe wieder an ihn, Milgram, zurück übermitteln, aber nicht einfach mit der Post, sondern sie sollten diesen Brief einer Person geben, mit der sie auf First-Name-Basis, das ist ungefähr des Bondouts von Perdu, bei uns befreundet waren und von der sie glaubten, dass diese Person den Brief näher an Milgram im Gebiet von Boston heranbringen könnte. Und jeder, der den Brief bekommen hat, hat aufgeschrieben, von wem er ihn bekommen hat und wem er ihn weitergegeben hat. Und auf diese Weise ist eine erkleckliche Anzahl von Briefen an Milgram zurückgekommen und er konnte dann ausrechnen, im Durchschnitt brauchte es nur sechs Zwischenschritte, um von irgendeiner Person in den USA wieder zu ihm zu gelangen, über persönliche Bekanntschaften. Das klingt jetzt einmal natürlich auch erneut, wirklich nach einer kleinen Welt, auch irgendwie demokratisch und gleichberechtigt und scheint ja auch bis in die höchsten Kreise zu reichen. Allerdings hat Milgram auch selbst dazu etwas festgestellt, was dann oft übersehen wurde. Und er schrieb nämlich, almost anyone in the United States is but a few removes from the President oder von Nelson Rockefeller, das war damals der reichste Mann in den USA, also heute wäre das der Bezos von Amazon oder der Bill Gates. But this is true only in terms of a particular mathematic viewpoint and does not in any practical sense integrate our lives with theirs. Also er war sich sehr wohl bewusst, das ist ein Strukturmerkmal dieser Netzwerke, Das heißt aber nicht, dass man dann dieselben Verbindungslinien auch einfach nutzen könnte, um jetzt direkt zum amerikanischen Präsidenten vorzudringen. Also das heißt nicht, dass diese Personen so eng miteinander verflochten sind, dass sich ihre Lebenswelten direkt miteinander überschneiden würden. Das wusste Milgram auch deshalb, weil ein anderes Experiment auch gemacht hat in ähnlicher Weise. Da wurden 300 sicher Kettenbriffe wieder unter denselben Vorgaben verschickt unter Mitgliedern der afroamerikanischen Community in den USA. Und von diesen Briefen hat es fast keiner zurück zum weißen Universitätsprofessor in Boston geschafft. Einige dieser Briefe konnte man aber dann in der näheren Umgebung der Universität finden. Und was sich herausgestellt hat, es ging wieder um persönliche Bekanntschaften, First Name Basis, dass zwar diese Briefe innerhalb der afroamerikanischen Community gewandert sind, aber dass dann diese Hürde von der afroamerikanischen Community zur weißen akademischen Community damals nicht überwunden werden konnte. Also es gab dann keinen persönlichen Link, dass dann der Brief direkt bis zum Milgram gekommen wäre. Das heißt, es geht jetzt nicht mehr um geografische Distanz und um diese Strukturmerkmale, sondern es geht auch um tatsächlich soziale Distanz, die auch bei diesen theoretischen Linien, die man da zeichnen kann, oft nicht überwunden werden kann. Und das kann man auch in ähnlicher Weise wohl konstatieren, wenn wir uns byzantinische Netzwerke anschauen. Innerhalb der Eliten ging das bis zu einem gewissen Ausmaß, aber wenn wir zum Beispiel nicht Elitenmitglieder in solche Netzwerke mit einbeziehen, das ist nur ein Beispiel eines anderen Netzwerkes, das wir erstellt haben für einen einfachen Dorfpriester in Radolibos in Mazedonien auf Grundlage der Informationen von Akten der Atosklöster. Das ist die zugrunde liegende Matrix, wie man das nennt. Also so wird diese Information gespeichert im Computer. Und das ist dann der Graph. Und das Ego-Netzwerk ist jenes des Vasilios Arulis. Das ist eben ein Dorfpriester. Es sind eben wieder verschiedene Kategorien. Und theoretisch, wenn man sich dieses Netzwerk anschaut, braucht es nur zwei oder drei Schritte und man würde bis zum Patriarchen kommen oder sogar zum Kaiser in Konstantinopel, damals Antronikus II. Aber das heißt natürlich nicht, dass es diesem Dorfpriester einfach möglich gewesen wäre, diese Kontakte auch so zu nutzen oder diese Verbindungslinien, dass er tatsächlich bis zum Kaiser hätte vordringen können. Das ging von oben nach unten. Ja, Befehle und so weiter, die waren da wohl vermittelbar. Aber die Gegenrichtung gab es ja doch soziale Hürden, die man berücksichtigen muss. Also die Reichweite, tatsächliche Reichweite seines Netzwerks war nicht so weit, wie das, was hier in diesem Graphen suggeriert wird. Es geht hier schlichtweg auch um materielle Unterschiede, wirtschaftliche Unterschiede, Reichweite von Netzwerken. Wie weit konnte man überhaupt selbst reisen oder konnte man Botschaften übermitteln? Das ist ein illustratives Beispiel aus dem Buch von Dirk Hörder, Cultures in Contact. Da sehen Sie rechts, das ist auf Grundlage von Finanzdokumenten, die Reichweite des persönlichen Netzwerks eines Bauern in England im 15. Jahrhundert. Und das ist letztlich die Reichweite, so weit er an einem Tag hin und zurück zu Fuß gehen konnte. Und links, das ist ein ähnliches Netzwerk auch für einen Bischof, den Bischof von Salesbury. Und da sehen Sie, das geht dann über hunderte Kilometer, weil der natürlich in der Lage war, Boten zu schicken oder selbst weitere Reisen zu unternehmen auf Grundlage seiner wirtschaftlichen Basis. Also diese Reichweite ist sehr unterschiedlich. Man muss auch berücksichtigen, diese Netzwerke sind jetzt nicht nur da, um Kontakte zu knüpfen und um Macht auszuüben, sondern eine Einbetung in ein solches Geflecht ist auch mit Erwartungshaltungen verbunden, mit Rollenvorstellungen. Also solche Netzwerke können auch Constraints, Beschränkungen aufbauen. Ein Beispiel dafür wäre, ich weiß nicht, ob Sie den Film gesehen haben, My Big Fat Greek Wedding. Da geht es um eine Tochter aus einer typisch amerikanisch-griechischen Familie, die dann außerhalb der griechischen Community heiraten möchte, was sehr schwierig wird. Das ist dann eben der Hintergrund dieser sehr lustigen Komödie. Aber das ist ein illustratives Beispiel auch für Rollenerwartungen, gerade auch hier für eine junge Frau in einer patriarchalen Gesellschaft, die auch hier beschränkend wirken. Das wäre also auch die Mikroebene. Wenn man sich das für einzelne Personen anschaut, in Verbindung mit qualitativen Merkmalen. Wenn wir jetzt aber wieder zum größeren Bild gehen, zu den großen, komplexen Netzwerken, wo solche Netzwerke tausende, hunderttausende Knoten umfassen, dann sehen wir eben auch hier wieder verschiedene Prozesse, die zu Ungleichheit führen. Zum einen ist es einmal so, wenn ein Netzwerk größer wird, dann hat es einen größeren Nutzen, wenn ich diesem Netzwerk angehöre. Das heißt, ein wachsendes Netzwerk zieht neue Knoten an, wächst dadurch weiter, dadurch wächst seine Attraktivität, also eine Art Feedback-Schleife, wenn man so möchte. Ein illustratives Beispiel ist vielleicht die Anzahl der Telefonanschlüsse in Österreich, also der Zeit noch vor Mobiltelefon. Das ist Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ein Spielzeug für reiche Leute in Wien. Also das ist eher was Kurioses. Man kann vielleicht 40, 50, 300 andere Leute anrufen. Aber je mehr Leute so ein Telefon haben, je mehr ich erreichen kann im Netzwerk, desto sinnvoller ist es für mich selbst, auch ein solches Instrument anzuschaffen. Das hat natürlich auch mit ökonomischer Möglichkeit zu tun, auch mit wachsenden Wohlstand in Österreich. Sie sehen, das ist natürlich noch vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das ansteigt. Aber es ist auch die Logik dieses Wachstums des Netzwerkes. Und wenn solche Netzwerke größer werden, ist es natürlich auch komplexer, sie aufrechtzuerhalten. Die infrastrukturellen Anforderungen wachsen. Also in der Zwischenkriegszeit konnten das noch diese Freilin vom Amt, wie man das nannte, händisch miteinander verbinden. Dann brauchte man große Computeranlagen, um das zu bewältigen. Und gleichzeitig sind solche wachsenden, großen Netzwerke ungleich verteilt. Das ist ein Plan des Fernwahlnetzes 1947. Und da sehen Sie, das reflektiert natürlich auch Bevölkerungsdichte, aber auch wirtschaftliche Macht. Da gibt es große Knotenpunkte, natürlich Wien, die Landeshauptstädte, wo dann viele dieser Verbindungslinien zusammenkommen. Und dann gibt es eben Peripherien, also in meiner Nierenheimat im Waldviertel, wo dann irgendwo das Netzwerk endet. Und da sind dann nur mehr so Knoten am Rande, die dann mit dem nächsten größeren Knoten verknüpft sind. Das heißt, solche großen, komplexen Netzwerke sind sehr ungleich. Es gibt eine kleine Zahl von großen Knotenpunkten, wo viele Verbindungen zusammenlaufen und viele kleine Knoten, die an diesen großen Knoten dranhängen. Das kann man auch in der statistischen Verteilung sehen. Aber eben viele Knoten mit wenigen Verbindungen und wenige zentralen Knoten mit vielen Verbindungen. Also solche großen Netzwerke sind auch relativ effizient, dadurch, dass sie die Anzahl der Verbindungen klein halten. Also man kann dann relativ rasch von einem Knoten zum anderen kommen. Aber der Preis für diese Effizienz ist diese Ungleichheit in diesen Netzwerken, die wir hier beobachten können. Und das trifft auch auf soziale Netzwerke zu. Also zum Beispiel auch dieses Netzwerk der Eliten ist sehr ungleich verteilt. Also es gibt auch innerhalb der Eliten dann Ungleichheit im Hinblick auf die Zugriffsmöglichkeiten im Netzwerk. Und ähnliche Ungleichheiten kann man auch bei Routennetzwerken feststellen. Also auch bei Infrastrukturnetzwerken oder eben auch geografischen Netzwerken, die weite Regionen miteinander verknüpfen. Hier zwei Netzwerkmodelle, die ich in einer Studie verglichen habe. Links, das ist ein Modell, das in Stanford erstellt wurde. Das ist ein Routennetzwerkmodell für das römische Recht, der Landfluss- und Seerouten. Rechts ein Modell, das ich erstellt habe aufgrund von Daten für das kaiserzeitliche China. Also diese beiden Netzwerke werden hier miteinander verglichen. Und was sich etwa für das römische Reich zeigt, ist hier diese große Ungleichheit. Sie sehen, da gibt es große, einige wenige große Knoten. Hier im Hinblick auf diese Messzahl Betwinnes. Das sind vor allem die maritimen, zentralen Verbindungspunkte im Mittelmeerraum und viele kleinere Knoten, die hier an diesen Knoten dranhängen. Man kann eben auch dann diese Zentralität messen. Hier etwa diese Messzahl Betwinnes. Hier rot markiert die Zonen, die besonders starke, hier besonders gut verknüpft sind. Und ich habe das dann ermittelt, diese Messzahl für verschiedene Residenzen römischer Kaiser im 4. und 5. Jahrhundert. Und da sehen Sie, als Ort, der hier am besten hervorsticht, ist Konstantinopel ausgewiesen. Also Konstantinopel war eine ideale Wahl. Das wussten wir ja vorher, aber jetzt kann man das auch, wenn man so will, quantifizieren, diese zentrale Rolle von Konstantinopel. Allerdings, das habe ich auch schon erwähnt, diese großen, komplexen Netzwerke haben diese Tendenz zur Substrukturbildung, also dass hier einzelne Cluster entstehen. Das lässt sich hier sowohl beobachten für das Römische Reich, wo es auch dann noch einmal unterhalb der Ebene dieser überregionalen Cluster auch dann regionale, lokale Cluster gibt oder auch im Chinesischen Reich. Die Frage ist dann, wenn dann die überregionalen Verbindungen schwächer werden, also weil etwa die Ressourcen des Reiches schwinden oder weil diese Verbindungen gefährdet werden durch Invasionen, etwa dann im Mittelmeerraum mit dem Aufkommen etwa der Vandalen im 5. Jahrhundert, dann ist eben auch die Möglichkeit da, dass diese großen Netzwerke fragmentieren und diese einzelnen Cluster zerfallen. Also das ist eine Frage der Belastbarkeit, die man auch mit solchen Modellen quasi als Denkhilfe irgendwie ermitteln kann. Aber gleichzeitig, wie schon gesagt, haben diese großen globalen Netzwerke eben auch eine relativ hohe Effizienz. Sie sorgen dafür, dass hier für Informationen oder auch Ressourcen Menschen relativ rasch hin und her reisen können. Ein solches Netzwerk ist eben auch das Flugnetzwerk. Also es gibt eben einzelne Knotenpunkte, wo viele Verbindungen zusammenlaufen und zentrale Achsen und das hat eben auch mit Effizienz zu tun. Also es wäre nicht sinnvoll, von jedem Flughafen in Deutschland zu jedem Flughafen in den USA eine direkte Verbindung zu haben, wo dann Flugzeuge mit ein paar wenigen Leuten hin und her fliegen, sondern die werden alle gesammelt. Die haben einen Anschlussflug dann in Frankfurt am Main. Da wird dann der große Flieger vollgemacht nach JFK und von dort gibt es dann wieder Anschlussflüge in die USA. Man kann dann trotzdem mit nur zweimal umsteigen von jedem Ort in den USA oder von jedem Flughafen in Deutschland, in jedem Flughafen in den USA irgendwie kommen. Also die Verbindung in die Anzahl der notwendigen Zwischenschritte ist immer noch gering, aber gleichzeitig ist das System effizienter, als wenn hier alle Knoten in gleicher Weise miteinander verknüpft werden. Der Preis dafür ist aber eben diese Ungleichheit, die aber eben hier für besondere Effizienz. Das hat aber auch unintendierte Folgen, wenn jetzt eben nicht nur erwünschte Gäste reisen, sondern auch unerwünschte Gäste wie etwa ein Krankheitserreger. Also wenn ein solcher Krankheitserreger ist, dann schafft es, in einem solchen zentralen Knotenpunkt anzukommen, dann kann sich eine solche Krankheit, eine solche Epidemie sehr schnell in einem solchen Netzwerk verbreiten und dann zu einer Pandemie werden. Gerade jetzt in Zeiten des globalen Flugverkehrs. Das lässt sich auch beobachten, ganz aktuell mit dem Vorläufer des derzeitigen Covid-19-Virus. Das war das SARS-Corona-Virus 2002-03, brach aus in Südchina und als es dann diese Erreger schaffte in den Flughafen von Hongkong, in dem zentralen Knotenpunkt, konnte er sich dann über den gesamten Planeten verbreiten. Damals allerdings noch mit sehr viel weniger fatalen Auswirkungen, als wir das jetzt in den letzten Monaten beobachten konnten. Das ist eine Rekonstruktion jetzt für die Verbreitungswege von Covid-19 aufgrund der Phylogenetik. Da hat man verschiedene Erreger, also auch das Virus hat, ist schon mutiert, das ist jetzt nicht in einer bislang fatalen Form, aber es gibt schon kleine Varianten und wenn man diese Varianten zusammenfasst, kann man hier quasi ein Verwandtschaftsnetzwerk auch basteln, das ist die Phylogenetik und aufgrund der Verwandtschaft diese Erreger dann ermitteln, welche Erreger wann wo aufgetaucht ist und wie die zusammenhängen und daraus auch dann Ausbreitungswege rekonstruieren, auch wenn man nicht direkt die Reisewege der Träger, der Menschen immer ermitteln kann. Also das wäre hier diese Visualisierung. Da haben wir unten auch einen Link, da ist das Ganze auch animiert, also in Art eines Videos dargestellt. Und das bringt mich jetzt noch zum letzten Punkt, da geht es jetzt auch Richtung Komplexitätsforschung im Hinblick auf Umweltgeschichte und Epidemien, die auch mit Netzwerken zusammenhängen. In ähnlicher Weise konnte sich auch im 6. Jahrhundert nach Christus die Pest im Mittelmeerraum verbreiten. Das ist die sogenannte Justinianische Pest, weil damals Kaiser Justinian herrschte, traf 451 erstmals in Ägypten auf, verbreitete sich dann über die Getreideflotte aus Ägypten nach Konstantinopel. Konstantinopel war ein zentraler Knotenpunkt und konnte sich dann über die weiteren Handels- und Straßenverbindungen dann immer noch im gesamten Mittelmeerraum ausbreiten. Auch im westlichen Mittelmeerraum, wo die römische Herrschaft schon 70 Jahre zuvor zusammengebrochen war. Aber die Verbindungen waren immer noch so stark, diese Netzwerke, dass auch hier der Erreger weiter wandern konnte und es dann sogar bis auf die britischen Inseln schaffte. Und diese Seuche wurde dann endemisch im Mittelmeerraum und kehrte in Wellen wieder für 200 Jahre und hatte doch einige demografische Auswirkungen, auch wenn das durchaus debattiert wird, wie wir noch sehen werden. Es gab eine lange Diskussion, welcher Erreger hier dahinter steckte. Die Diskussion ist mittlerweile gelöst, weil man in Skeletten von Opfern der Krankheit, zuerst in Bayern, aber jetzt in mehreren Orten, gerade in Westeuropa, auch in Frankreich, England, Spanien, paleogenetisch Spuren des Erregers finden konnte und das ist tatsächlich das Bakterium Yersinia pestis, also der Erreger, der Beulenpest und diese Krankheit verläuft ohne Antibiotika, die es im 6. Jahrhundert noch nicht gab, bei 60% der Menschen tödlich, kann auch dann sich umwandeln in die Lungenpest, die direkt von Mensch zu Mensch übertragen wird und die verläuft in 90% der Fällen tödlich, also eine sehr, sehr gefährliche Krankheit, die sich hier ausbreiten kann. Und das ist jetzt dieser Verwandtschaftsstand von verschiedenen Stämme, dieses Pesterregers, man hat auch für andere Zeiten, für andere Ausbrüche dieser Seuche mittlerweile feststellen, wie die miteinander verwandt sind. Man hat ursprünglich den Erreger identifiziert, Ende des 19. Jahrhunderts, als es noch einmal einen Ausbruch gab, der Pest, vor allem in Ostasien, das war die dritte große Pandemie, dann gelang es schon vor zehn Jahren Erreger zu identifizieren, die dem schwarzen Tod angehören, also der Pestepidemie des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit. Sie sehen, das ist ein eigener Zweig auf diesem Stammbaum und dazu kam jetzt vor einigen Jahren dieser neue Zweig, das ist der Erregerstamm der Justinianischen Pest, also die ja auch ihren eigenen Region beansprucht auf diesem Stammbaum und man hat zuletzt auch nachgewiesen, dass es schon Pesterreger gab vor mehr als 4000 Jahren, also gerade in Gräbern aus Ost- und Mitteleuropa. Der Ursprung dieser Erreger, gerade der Justinianischen Pest und des schwarzen Todes, den konnte man auch feststellen, den Verwandten, wenn man so will, des Erregers sind noch heute aktiv, das sind endemische Nage der Populationen im Bereich des Plateaus von Nordost-Tibet, nordwestliches China, also heute Volksrepublik China, damals im 6. Jahrhundert noch nicht und in diesen Pestherden ist der Erreger eben endemisch und verbreitete sich offenbar im 6. Jahrhundert dann von Zentralasien über Handelswege nach Indien und von dort nach Ägypten, weil es hier auch Regen, Seehandelsverkehr gab, entweder auch Handel mit Gewürzen und dann eben sich weiter in den Mittelmeerraum verbreiten konnte. Das hängt auch zusammen mit Klimaveränderung. Mitte des 6. Jahrhunderts kommt es auch zu einem Kälteeinbruch, das ist der Beginn der sogenannten spätantikten kleinen Eiszeit. Es gibt 536 ein Jahr ohne Sommer, wo offenbar aufgrund von Vulkanausbrüchen die Atmosphäre getrübt, wenn es hier zu einem großen Kalteeinbruch kam und der war verbunden mit intensiveren Niederschlägen in der Region, wo dieser Erreger endemisch ist und wenn es hier zu einer ganzen längeren Zeit von Starkregen kommt, sieht das Bedingungen, die sowohl dem Erreger als auch seinen Wirten, das sind die Flöhe und die Nagetiere besonders zusagen. Es kommt zu einer Intensivierung der Aktivität der Fortpflanzung dieser Erreger und der Wirten und damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dann der Erreger überspringen kann auf den Menschen und das dürfte im 6. Jahrhundert passieren. Über die demografischen Auswirkungen der Justinianischen Pest gibt es eine rege Debatte in den letzten Jahren, die man hier festmachen kann, an zwei Publikationen, zum einen dem Buch von Kyle Haber, 2017 auf Englisch erschienen, dieses Jahr auch auf Deutsch, Fatum, und der vertritt eine maximalistische Deutung, also dass die Justinianische Pest sogar nicht nur 30, sondern bis zu 50 Prozent der Bevölkerung des Oströmisch-Pözentinischen Reiches das Leben gekostet haben könnte und somit ganz dramatische Auswirkungen auch hatte für die weitere Entwicklung des Reiches, bis hin dann zur Schwächung im 7. Jahrhundert, Ausbreitung des Islam und so weiter. Die Gegenposition wird eingenommen von Liam Mordechai, von Merle Eisenberg, die mehrere Artikel publiziert haben, gerade im letzten Jahr, einer davon wurde publiziert in PNAS, einer sehr prestigereichen naturwissenschaftlichen Zeitschrift, und sie titeln The Justinianic Plague An Inconsequential Pandemic, dass quasi die demografischen Auswirkungen der Seuche gar nicht so dramatisch gewesen wären, wenn man sich verschiedene quantitative Parameter anschaut, etwa Pollendaten, die landwirtschaftliche Aktivität reflektieren. Tatsächlich ist es so, wenn man sich die Debatte anschaut, und die tobt auch auf einer, wenn man so will, persönlichen Ebene, da geht es auch um gewisse Rivalitäten, Kyle Harper gehört eher dem Harvard-Umfeld zu, Mordechai und Eisenberg, das ist Princeton, also ist auch in dem Bereich zu sehen, das ist manchmal in der Wissenschaft so, dann, wenn man so will, ist wie oft so, dass man beiden Positionen etwas abgewinnen kann, und aus einer kritischen Kombination, wenn man die verschiedenen Publikationen liest, sehr viel und neue Dinge lernen kann, aber man muss sich nicht unbedingt einer dieser Maximalpositionen zuwenden. Damit sind wir jetzt angelangt, auch bei einem dieser Bereiche, der auch abgedeckt wird durch diesen Forschungsbereich an der Byzanzforschung, Komplexitätsforschung, da geht es vor allem auch um die komplexe Interaktion, und das ist zum einen in Netzwerken, zum anderen auch im Bereich von Ökologien zwischen Personen und der Natur, der natürlichen Umwelt, da geht es eben auch darum, solche Daten zu sammeln, jetzt nicht nur aus historischen und archäologischen Befunden, sondern auch aus naturwissenschaftlichen Befunden, das kann zu einem die Paläogenetik sein, die uns eben hier Neuinformationen liefert über die Pest, aber gerade auch Neuinformationen über klimageschichtliche Entwicklungen, man nennt das auch die Archive der Natur, ein Schweizer Pionier der Klimageschichtsforschung, Christian Pfister hat das so genannt, das sind verschiedene Naturphänomene, deren Entwicklung im Laufe der Zeit von Parametern wie Temperaturniederschlag abhängt, ein einfaches Beispiel sind vermutlich Baumringe, Bäume wachsen unterschiedlich stark, je nachdem wie die Witterungsbedingungen sind und an der Stärke dieser Baumringe kann man auch mittlerweile mit sehr ausgefeilten statistischen Methoden auch für die letzten 2000 Jahre und darüber hinaus durchaus Zeitreihen aufstellen über die Witterungsbedingungen in früheren Jahrhunderten das sind aber auch andere andere etwa Tropfsteinhöhlen oder Tropfsteine Speleotheme im Fachbegriff Speleotheme auch Tropfsteine wachsen unterschiedlich stark vor allem aufgrund der unterschiedlichen Feuchtigkeitsbedingungen da geht es aber jetzt nicht nur um die Stärke dieses Wachstums sondern auch eingeschlossen in diese Schichten sind Spuren früherer atmosphärischer Bedingungen es geht etwa um das Verhältnis verschiedener Isotopen verschiedener Ausprägungen des Elements Sauerstoff oder Kohlenstoff hier in diesem Fall und aufgrund dieses Verhältnisses kann man eben auch dann Rekonstruktionen anstellen das ist hier sogar für die letzten mehr als 3000 Jahre das ist die Sofoler Höhle das ist in der Nordwesttürkei und da kann man hier sehen wie hier der Wechsel zwischen trockeneren und feuchteren Bedingungen hier auch rekonstruiert werden kann die Kastl zeigen Perioden wo es zu den besonders rapiden Wechsel von feuchteren zu trockeneren Bedingungen gekommen ist etwa hier auch in der pyzantischen Zeit das war am Ende des 12. im 13. Jahrhundert wo wir einen solchen Einbruch beobachten können anderes Archiv der Natur sind Pollen also Pflanzensamen die etwa auch durch den Wind verbreitet werden und dann abgelagert werden oft am Grund von Seen in verschiedenen Sedimenten mit Bohrungen kann man solche Sedimente hervorholen und dann auch datieren also die Abfolge nicht so genau wie Baumringe oder Speleotheme aber ungefähr nach Jahrhunderten und aus der relativen Häufigkeit von verschiedenen Pollen kann man dann erschließen wie die Landschaft um einen solchen Ort ausgesehen hat im Laufe der Jahrhunderte etwa wie stark hier die landwirtschaftliche Nutzung war aufgrund der Häufigkeit von Getreidepollen das ist eine solche Rekonstruktion für die Südwesttürkei für die letzten 1700 Jahre also auch für die byzantinischen Jahrhunderte Sie sehen hier etwa Indizes für Cerealia also das sind Getreidepollen oder Oliven also wichtige Nutzpflanzen da sehen Sie etwa hier einen rapiden Einbruch am Ende der Spätantike dann wieder ein Wachstum im 10. 11. Jahrhundert und dann wieder ein Einbruch um 1100 das lässt sich auch verknüpfen mit der seltsukischen Eroberung Anatoliens in dieser Zeit also es sind nicht nur klimatische Einflüsse es geht auch darum wenn hier landwirtschaftliche Flächen verwüstet Bevölkerung vertrieben wird hat das natürlich auch einen Einfluss auf die Häufigkeit der Indikatoren landwirtschaftlicher Tätigkeit das ist also eine Studie von Adam Iztepski der ein ganz großartiges Projekt zu dieser Thematik auch leitet jetzt in Jena am Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte das heißt in dieser Forschung geht es sehr stark auch darum historische archäologische Befunde mit Naturwissenschaftlichen zusammenzubringen es geht hier auch um Interdisziplinarität also die Kooperation zwischen Historikern und Naturwissenschaftlern im Idealfall um ja auch diese verschiedenen Archive der Natur und der Gesellschaft also die historischen Quellen zueinander zu bringen und hier neuere komplexere Erkenntnisse zu gewinnen über die tatsächliche Interaktion zwischen Menschen auch in sozialen Netzwerken und der Natur in komplexen Wechselwirkungen also das ist hier dieser Kreis der Netzwerk und Komplexitätsforschung auch hier gibt es eine Reihe von Publikationen stetig wachsend hier nur ein Beispiel ich verweise hier auch auf die Climate Change und History Research Initiative die in Princeton begründet wurde wo ich auch mitmachen darf wo sich eben regelmäßig auch Historiker Archäologen und Naturwissenschaftler treffen um hier ihre Daten miteinander zu vergleichen und hier dann auch im Idealfall gemeinsam natürlich ist das eine alte Debatte wie viel Naturwissenschaften wie viel Mathematik soll man in die Geschichte einfließen lassen da gibt es durchaus auch instinktive Ablehnungen hier nur zwei Extrempositionen Emanuelle Roi Ladurie ein führender Historiker gerade der französischen Schulter Annal der hat schon 1979 gemeint Geschichte die nicht quantifizierbar ist kann nicht an den Anspruch erheben wissenschaftlich zu sein und der Historiker von morgen da wird ein Programmierer sein müssen und es wird ihn überhaupt nicht mehr geben also ganz so dramatisch ist es nicht ausgefallen Gegenposition Arthur Schlesinger auch ein bekrümter Historiker aus den USA der hat gemeint als ein Geisteswissenschaftler möchte ich antworten dass mehr oder weniger historischen Fragen deswegen wichtig sind weil sie nicht der Quantifizierbarkeit unterworfen werden können das ist die Gegenposition sie werden beides bis heute finden ich persönlich glaube eben dass es sehr wertvoll ist hier eine Kooperation zu haben und hier auch diese verschiedenen Archive zu sammeln aber das ist durchaus eine Debatte die nach wie vor geführt wird und wird eben auch erweisen was die verschiedenen Fächer beitragen können zum Fortschritt oder zu neuen Erkenntnissen und damit danke ich Ihnen sehr für die Aufmerksamkeit und Sie sehen hier auch verschiedene Links die Powerpoint die wird Ihnen ja auch übermittelt und ansonsten stelle ich auch sehr gerne für Fragen zur Verfügung aufmerksam 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 Untertitelung des ZDF, 2020